So und hier sieht man warum jetzt Luft drauf ist jetzt mit der Windel wackeln wir jetzt im ganzen System. Es wird gehalten einerseits durch die Kissen und zweitens durch die Stützen, die mit Luft gefüllt einfach dem Objekt folgen. Das System wackelt, fällt da mal nicht um. Hade du varit en cylinder, eller en domkraft rakt upp, så hade bussen lossnat från den, så hade den ramla ner. Kudden klarar av de här rörelserna också. Det gör att en kudde är ett bättre lyfträdskap. Hebekästen ist einfach besser, weil das Ding stabiler steht. Wenn man jetzt drunter einen Hydraulikzylinder hätte oder etwas ähnliches an einem Wagenheber, dann würde das nicht so stabil stehen. Före.